Wir befinden uns gerade in Saint-Malon. Das ist eine alte Stadt am Meer. Wir sind in Intermuros. Das ist eine Stadtmauer, die wir gerade abgehen. Und wen finden wir da? Der Jacques Cartier. Das war der Erste, der den Ring erfunden hat. Nein, bleibt nicht. Der Jacques Cartier, stellt euch vor, ist der Finder, nicht Erfinder, sondern Finder von Kanada. Das war der Erste, der Kampus. Der Kampus ist ein Malou. Nein? Malou ist ein Schuss. Malou ist ein Schuss.